Ambi Deluxe, Moments for Living. Hier haben wir den AmbiClean Milchschaumreiniger. Der ist im Prinzip für alle Kaffee-Vollautomaten und Kaffeemaschinen gedacht, die eine Milchaufschäumeinheit mit drin haben, also wo direkt Milch geschäumt wird. Und das Problem bei Milch ist halt, es verklumpt sehr schnell, es wird dick, es wird sauer und darum muss Milch immer sehr, sehr schnell gereinigt werden. Mit dem AmbiClean Milchschaumreiniger habt ihr dann eine universelle Lösung, die ihr im Prinzip für alle Markengeräte einsetzen könnt. Ja, wir haben hier ein Konzentrat, das heißt, wir haben hier die große 1-Liter-Flasche und aus einem Liter werden 33 Liter Reinigungslösung, steht hier auch nochmal drauf auf der Rückseite, die verschiedenen Dosiermengen. Hier steht es, also 60 ml auf 2 Liter, 30 ml auf 1 Liter, 15 ml auf 500 ml. Also ihr könnt dann vielleicht die Dosierkammer einfach nehmen und euch diese Reinigungslösung schon mal fertig machen. Und dann, manche Kaffee-Vollautomaten haben ja auch so einen Tank und dann den Tank damit befüllen, dass dann im Prinzip jeder Spülvorgang wieder, ja, mit dieser Reinigungslösung dann gemacht werden kann und ihr immer leckere, frischen Milchschaum habt und leckeren Kaffee. Wir haben hier die Dosierkammer mit 20, 40, 60 ml. Aber so viel braucht ihr vielleicht auch gar nicht, das heißt, eventuell benötigt ihr sogar eine Pinpette. Diese Dosierkammer befüllt man einfach, indem man hier auf die Flasche drückt. Dann steigt hier die Flüssigkeit hoch und dann wird es hier gefüllt. Die Dosierkammer ist jetzt schon voll, weil ich das schon mal gemacht habe. Das heißt, ihr macht dann hier einfach den Verschluss auf und könnt dann die Reinigungslösung anmischen. Das ist der Ambiglin Milchschaumreiniger in der kleinen 250 ml Flasche. Aber da das Produkt einfach so super ergiebig ist, da wir ein Konzentrat haben, reicht auch die kleine Flasche zum Testen. Das heißt, wenn ihr in euch nicht sicher seid, ob das das richtige Produkt für euch ist, holt ihr vielleicht erstmal die kleine Flasche. Ambigdeluxe. Moments for Living.